Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du die Garmin V-Works 4 neu starten kannst und auch noch wie du die Werkseinstellungen wiederherstellen und die Uhr so zurücksetzen kannst. Um die Sportuhr ganz normal auszuschalten oder neu zu starten, musst du einfach den oberen Knopf am rechten Gehäuserand gedrückt halten. Dadurch gelangst du ins Steuerungsmenü und dort findest du ganz oben ein Symbol zum Ausschalten der Uhr. Wenn du dort drauf klickst, musst du das Ganze nochmal kurz bestätigen und kannst die Uhr somit ganz einfach und schnell ausschalten. Wenn die V-Works 4 hingegen mal hängt, also eingefroren ist oder sich einfach nicht mehr bedienen lässt, dann kannst du sie außerdem noch auf eine andere Art und Weise neu starten, nämlich indem du den oberen rechten Knopf ca. 15 Sekunden gedrückt hältst. In meinem Fall ist die Uhr jetzt nicht eingefroren, deswegen sehen wir beim Gedrückthalten zunächst wieder das Steuerungsmenü und noch ein paar Sekunden später wieder einen Hinweis zur Notfallhilfe. Halten wir den Knopf jedoch noch weiter gedrückt, also wie gesagt ca. 15 Sekunden, so schaltet sich die Uhr irgendwann aus. Also wenn die V-Works 4 ein Problem hatte und sich nicht mehr bedienen ließ, dann können wir sie auf diese Art und Weise resetten und neu starten. Einschalten können wir sie dann ganz einfach wieder, indem wir den gleichen Knopf für ca. 1-2 Sekunden drücken. Jetzt sehen wir hier dieses kleine Logo und können die Uhr dann in wenigen Sekunden wieder ganz normal nutzen. Wenn du die Uhr hingegen nicht nur neu starten willst, sondern alle Einstellungen zurücksetzen willst und ein komplettes Reset machen möchtest, dann kannst du auch das in wenigen Sekunden tun. Halte dafür den unteren Knopf gedrückt und scrolle dann herunter zu diesem kleinen Einstellungssymbol. In diesem Einstellungsmenü kannst du nun verschiedene Änderungen vornehmen. Um die Uhr zu resetten, musst du ganz runterscrollen zum Menüpunkt System. Wenn du dort draufklickst, dann kannst du hier ein paar Systemeinstellungen verändern. Hier scoren wir runter, bis wir den Punkt Reset sehen. Dort haben wir jetzt zum einen die Chance, die Werkseinstellungen wiederherzustellen, also zum Beispiel das Uhrendesign, die Einstellungen des Pulssensors und so weiter. Außerdem haben wir die Möglichkeit, neben der Wiederherstellung der Werkseinstellungen auch noch alle Daten zu löschen. Wenn du also zum Beispiel Musik auf der Uhr gespeichert hast oder Trainingseinheiten aufgezeichnet hast und diese löschen willst, dann kannst du das hiermit tun. Wenn du also jetzt einfach mal hier draufklickst, dann bekommst du nochmal so einen kleinen Hinweis, was du hier genau löschen wirst. Wenn du dir weiterhin sicher bist, dann musst du das Ganze nochmal kurz bestätigen und dann startet die Vivoactive 4 neu. Im Anschluss kommen wir hier zum ganz normalen Einrichtungsprozess der Uhr. Also es ist jetzt genauso, als hätten wir die Sportdruck gerade neu gekauft und müssten sie jetzt einrichten. Wenn du wissen willst, wie genau du die Uhr schnell und einfach einrichten kannst, dann schau gerne mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich dir noch ein Video verlinkt, in dem ich dir genau das Schritt für Schritt zeige. Alles klar, jetzt weißt du, wie du die Garmin Vivoactive 4 neu starten und zurücksetzen kannst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen und wenn du noch weitere von diesen Videos sehen willst, dann abonniere doch gerne diesen Kanal. Aber gut, vielen Dank, dass du dir dieses Video angeschaut hast und bis zum nächsten Mal.